Mein Name ist Ahmed, ich bin 28 Jahre alt, komme aus Frankfurt und habe vor einem Jahr meine Haare hier bei Schule Klinik in Istanbul transplantieren lassen. Hier wird die neuste Technik angewandt, die BHI Methode und ich bin sehr zufrieden was meine Haare angeht und bin jetzt mein Kumpel hier, der sich auch die Haare transplantieren lässt und ich lasse auch noch hier eine PRP Behandlung machen. Davor hatte ich wirklich undichtes Haar, Geheimratsecken, die vorher nachher Ergebnisse sind, bin ich sehr beeindruckt und würde jedem empfehlen, der eine Haartransplantation vorhat, hierher zu kommen und sich hier die Haare transplantieren zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.